Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Gelb, dem Glitchfest. Heute geht es um den dritten Haken hier unten. Wir glitschen mal wieder ein bisschen rum, noch ganz entspannt. Wir machen nämlich in dieser Folge den Mew Glitch. Wir haben dazu schon ein bisschen Platz geschaffen in unserem Team. Da unten, da kommt Mew hin. Haben wir denn auch Bälle, um Mew überhaupt zu fangen, ist natürlich die Frage. Aha, ich habe gar keine Poké... Wieso habe ich keine Poké-Bälle? Ich habe gar keine... Was? Nein, stopp, halt. Stopp, 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 stopp. Ich habe ja gar keine Poké-Bälle. Ja, das ist jetzt natürlich brillant, wie gut, dass es hier den einen oder anderen Markt gibt. Ich hoffe, ich habe so etwas wie Geld. Was stimmt, durch die ganzen Arena-Leiter habe ich ja hier übelst viel Geld, ey. Dann kaufe ich mir doch mal hier 10 Great Balls. So. 10 Great Balls sollten ausreichen. Zur Not benutze ich halt die Hilfe des Emulators, sage ich mal. Okay, gut. Wie geht nun der Mew Glitch? Okay, gegen die hatte ich noch nicht gekämpft. Okay, ist egal. Den Kampf speeden wir mal gerade durch. Okay, ich dachte, wir hätten gegen die schon gekämpft. Ja, ist egal. Die Trainerin werden wir hoffentlich eh nicht brauchen. Wir gehen zu einem ganz, ganz bestimmten Trainer, wo wir jetzt den Long-Range-Trainer-Glitch ausführen werden. Das wollte ich nicht. Ich wollte einmal den Zerschneider einsetzen. So, der Typ hier ist es. So, okay. Ich mache mal wieder meinen berühmten Safe-Stat. Und zwar genau hier. Okay. Fuck. Das kommt davon, wenn man nicht rechtzeitig drückt. So. Perfekt. Wir gehen... Nein! Ich habe... Ich habe eben gerade noch Pokémon Omikron aufgenommen. Und hier ist jetzt die Steuerung halt wieder ganz anders. Moment, 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 Moment. Ähm, B ist... Okay, ich hätte... Ich habe B gedrückt und ich hätte A drückt. So, das hier ist A. Ja, das ist ja großartig. Ähm... So. Jetzt setzen wir Fliegen ein. Und wir möchten nach, äh... Zu den City fliegen. So. Mauszeiger kommt natürlich schön aus dem Bild. Der Typ will gegen uns kämpfen. Wir sagen Tschüssi Kowski. Und wir können unser Startmenü nicht öffnen. Das ist wieder das erste Anzeichen, dass dieser Glitch funktioniert hat. So. Jetzt gehen wir, äh, zu einem ganz bestimmten Trainer hier oben. Und gegen den möchten wir jetzt kämpfen. Ja. Ja, ja. Gegen den möchten wir kämpfen. So sieht es nämlich aus. So. Gegen den haben wir schon gekämpft. Den umlaufen wir. Der Typ hier. Gegen den möchten wir jetzt kämpfen. Der hat ein, äh, Fleckmon. So. Einen, äh, wunderschönen guten Tag. Ich würde gerne deinen Fleckbon besiegen. Und das war dann auch schon fast der Glitch. Danach können wir unser Startmenü wieder öffnen. Und, äh, wir sollten ein Mew encountern. In Lavandia. Wenn wir da nach links gehen. Das ist schon ein bisschen fies. Nido King Level 100 mit... Eieieieieiei. Eieieieieiei. Eieieieieieiei. Und wenn wir jetzt die Stadt nach links raus verlassen, öffnet sich unser Startmenü von ganz alleine. Wir klicken es weg. Und... Da ist es. Da ist es. Ladies und Gentlemen. Ein Mew Level 7. Ah, ich mach mal gerade schön den Safestead. Einen kompletten neuen mach ich mal. Ah, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, können wir dieses Mew denn einfach so mal eben fangen? Ich habe da so meine Zweifel. Ja, ich fürchte, ich werde hier gleich die Hilfe des Emulator... Eieieieiei. Ja, es ist halt Mew, ne? Ja, es ist halt Mew. Ähm. Haben wir irgendetwas? Taubsee könnte schwächen. Glumanda, was kannst du denn so? Das war zu schnell? Nein! Na! Ich wollte... Nein! Halt! Ich... Okay. Es ist immer noch Mew. Äh, was haben wir denn? Also, so Zerschneider sollte Mew doch locker tanken. Ja, guck mal, hier, easy. Glumanda! Ja, Glumanda macht das gut. Glumanda, du machst das echt gut? Ja. Einmal geht doch, Glumanda, oder? Ich meine, ich habe gespeichert. Roter Bereich. Roter Bereich. Roter Bereich. Pikachu. Ich wechsle mal zu Pikachu. Habe ich die... Habe ich zufällig, äh... Die Dönerwille? Ja! Die Dönerwille! Da ist sie! Roter Bereich und paralysiert. Paralysiert! Okay. Ich wechsle mal ganz schnell zu Nido, äh... Queen. Okay, komm, also... Roter Bereich paralysiert. Da steht ein Level 100er-Pokémon gegenüber. Dafür hau ich auch nochmal hier einen Safe-State raus. Also, das, äh... Äh... Das Safe. So. Ich glaube, ich brauche noch nicht mal die Hilfe des Emulators. Also, also, komm, das... Äh... Vielleicht, vielleicht brauche ich die Hilfe doch gleich. Viel möglicherweise brauche ich die Hilfe doch gleich. Juhu, komm schon! Juhu! Juhu! Roter Bereich, paralysiert! Superbälle! Juhu, was willst du noch? Ich habe noch keine Hyperbälle. Oder? Hätte ich mir die schon holen können? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Hätte ich mir die Hyperbälle schon holen können? Juhu! Juhu, bitte! Juhu, ich mache gleich einen Schnitt! Ich mache gleich einen Schnitt! Ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen was schaffen in dieser Folge. Ganz, ganz dezentes bisschen. Juhu, bitte! Juhu! Juhu! Ah! Kriegen wir jetzt eigentlich auch einen Pokédex-Eintrag? Jo! Äh... okay das ist interessant ja das ladies und gentlemen war der new glitch und wir haben hier ein new level 7 was nur fund kann das war das hätte auch schief gehen können ja wir machen ja bald dem missigno glitsch auch bekannt als der alte mann glitsch der hier aber nicht mehr funktioniert also er funktioniert hier anders den alten mann glitsch und das mit der zinnoberinsel haben sie ja versucht zu fixen sag ich mal es geht jetzt aber halt anders okay ich bin ganz ruhig so das heißt wir können den dritten haken hierhin machen wir kommen außerordentlich gut voran muss ich mal anwerfen so es ist natürlich die frage was machen wir als nächstes also eigentlich steht jetzt ja auf der liste sabrina pyro und der missigno glitsch womit wir uns unendlich viele meister bälle und sonder bombons machen können ja aber dafür brauchen wir erstmal meister weil damit wir ihn vervielfältigen können ich eher so in die arena kommen jetzt glaube ich hier nicht rein oder wir können uns hier noch schon oder irgendwie aussuchen das heißt wir müssen doch hier jetzt erst in das gebäude oder warte mal da steht auch eine wache wieso steht hier eine wache oh shit muss ich vielleicht doch die spielhalle erst machen oh nee und nicht die spielhalle das ist doch dass das silkskop gebäude oder scheiße muss ich doch erst die warte mal als ob dieser typ an die spielhalle geknüpft ist also die pokéflöte konnte ich skippen aber scheiße kann muss ich jetzt muss ich jetzt echt die spielhalle machen auf spieler habe ich ja keinen bock also ich komme nicht in das silkskop gebäude rein aber ich muss da rein um moment oder muss ich da gar nicht rein ich meine ich könnte noch theoretisch schnell mal pyro umklatschen in dieser folge ne hier gab es die preise was muss ich noch mal machen damit diese ganzen leute hier weggehen ey kollega hi ich mach dich mal weg vielleicht hat das ja schon ausgereicht um diesen typen da weg zu bewegen also ich bin mir ziemlich sicher dass man dass man nicht nur das mit der poko flöte sondern auch das mit der spielhalle skippen konnte vielleicht muss ich gerade nur das einmal hier aktivieren und das war es dann ne der typ steht hier immer noch oder muss ich hier irgendwas machen da ist der markt da ist das gym verdammt ich habe das gefühl ich muss doch die spielhalle hier komme ich auch nicht an das war noch mal hier drin was werde nochmal hier drin ok auf spielhalle habe ich jetzt aber gerade gesagt keinen bock weil ich will noch ein bisschen progress machen deswegen würde ich sagen oh nein pyro können wir ja auch noch nie machen hat er nicht seine scheiß arena abgeschlossen und wir müssen erst diesen kack schlüssel finden ah und ich habe nämlich auch gar keinen mon mit surfer oder kann ich ihm am surfer beibringen das war surfer oder das war fliegen scheiße das versteckt hä haben wir nicht surfer da h m 03 surfer äh naja also jord surfer gelernt ok wir surfen mal gerade rüber über wie ich jetzt gelandet einmal am fuß bieten aber ich glaube ja arena kommen wir halt auch noch nicht rein aber selbst wenn wir dann gerade noch nicht reinkommen dann würde ich nämlich doch erstmal bei sabrina weitermachen wir können die stadt schon mal fürs fliegen freischalten was nee oh hoppala entschuldigung kollege das wollte ich nicht ich wollte nicht gegen kämpfen ich wollte doch nur gerade die stadt hier freischalten Pyro du bist manchmal so ein Arsch ey du bist manchmal so ein Arsch ey so wir haben ja kurz unsere Pokemon und da ich jetzt hier bin äh kann ich jetzt auch immer hinfliegen das heißt die Seeschauminsel haben wir jetzt quasi auch geskippt wobei da muss ich halt sowieso nochmal hin ja aber ich glaube die Spielhalle äh die können wir nicht skippen und wo ich gerade schon mal hier bin äh wo war hier nochmal der Typ ich hab ja so ein Fossil ne ey dude äh der will mir irgendwas geben ja äh ich will mein Fossil hier abgeben Moment der Typ will uns eine coole TM geben ja ja hi her was ich hab ein Fossil hallo scheiße ich hab mein Fossil abgelegt oder was das ist natürlich jetzt grad belastend Sekunde mal ich muss sowieso grad hier kurz ein bisschen mein Inventar aufräumen so blups PC PC das können wir mal ablegen die Town Map können wir mal ablegen das können wir ablegen das können wir ablegen das können wir ablegen so wir legen wir gleich noch ein bisschen mehr ab eigentlich äh können wir eigentlich mal grad noch ein bisschen mehr hier ablegen äh boah boah ich leg mal ein paar TM's ab so so jetzt sollten wir aber eigentlich genügend Platz haben Moment ach shit ich bin ja ich bin heute irgendwie nicht sogar zu der Probe einer Sache ich wollte doch das Fossil bei der Gelegenheit mal mitnehmen so das Helix Fossil Lord Helix der heilige Lord Helix das kommt mit das geben wir dem Allprofessor so ein wunderschönen guten Tag ich hab Fossil ich habe ein Fossil ja hab ich so sehr gut jawohl so der Typ äh man kümmert sich jetzt um das Fossil und du hast eine TM TM 35 äh 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 Metronome ja geil das ist ja ist ja brillant so das heißt wir sollten jetzt eigentlich genau ja bis auf die Siegestraße haben wir jetzt alles Nice. Oh, muss ich echt diese Spielhalle noch machen, ey? Muss ich echt die Spielhalle machen? Ja, wahrscheinlich muss ich hier einmal Giovanni besiegen, damit er bei Safronia City das spawnt, oder? Puh, ähm, ja, Escape Rob, ja, das brauche ich hier auf jeden Fall. Okay, ich glaube, das soll es aber für diese Folge prinzipiell gewesen sein. Ähm, das hier ist, glaube ich, so etwas, das man auch mal gut rausschneiden kann, ne? Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man auch mal gut rausschneiden kann. Oh, ein Mondstein, ja, den nehme ich natürlich gerne mit. So, das ging ja hier noch recht schnell. Hast du zufällig irgendeinen Schlüssel? Ich brauche doch hier irgendeinen scheiß Schlüssel, oder? Ich glaube, ich brauche hier irgendeinen scheiß Schlüssel. Ich weiß es halt nicht mehr. Take the elevator to see my boss. Ja, aber ich brauche doch noch irgendeinen Schlüssel, oder war das in einem anderen Gebäude? Oder können wir jetzt gerade doch schnell Giovanni wegmachen? Kann ich den elevator halt einfach so... Okay, ich kann den benutzen. Was? Verdammt! Ich brauche einen scheiß Schlüssel. Wo ist dieser scheiß Schlüssel? Ist der das? Ne, da ist eine Hyperportion. Scheiße, wo war dieser scheiß Schlüssel? Äh... Ja, das ist der richtige Weg, aber... Das ist nur ein extra Raum. Shit, ey! Wo ist dieser Dreckschlüssel? Oh Mann, ey! Als ob ich doch weiß, wo dieser Schlüssel ist, ey! Wo war noch mal dieser Schlüssel? Ja, man braucht hier allgemein noch irgendeinen Schlüssel, ne? Also nicht nur für den Elevator, sondern auch für die Türen brauchte man einen. Ich kann mich ehrlich gesagt leider nicht mehr so mega... So mega gut erinnern, wo das denn nochmal war. Aber so viele Stockwerke gibt's ja hier gar nicht, ne? Also... Okay... Das war's schon? Das ist alles? Das waren alles Stockwerke? Moment! Hast du den? Lag der Schlüssel irgendwo, oder musste man den... Den muss man noch irgendeinen Typen abziehen, oder? Ah, hier bin ich richtig, oder? Ja... Natürlich labert der mich an. Okay, ich wollte die Folge aber eigentlich gar nicht so lang machen. Ich hatte gehofft, ich finde den auch vielleicht schnell... Ist das vielleicht der Schlüssel? Das ist ein TM10! Ah! Ja, okay, dann ist der Schlüssel hinter diesem Labyrinth hier. Okay, dann würde ich sagen, soll's das für diese Folge gewesen sein? Wir haben den Mew Glitch erfolgreich ausgeführt. Ja, in der nächsten Folge, ähm... Ja... Spielhalle? Silphscope-Gebäude? Pyro, Sabrina, wir werden nicht alle schaffen. Das ist doch ganz schön viel. Oder ich mach ein bisschen was off-screen. Muss ich mal gucken. Der nächste Glitch, der Missigno-Glitch, da hab ich natürlich schon Bock drauf. Ich würd sagen, also... Ähm... Ich schnippel vielleicht ein bisschen rum. Hier und da. Zeige aber auch Teile der Spielhalle, des Hilfsgops-Gebäude. Vielleicht so die... Ja, die wichtigen Kämpfe, auch wenn die jetzt schnell vorübergehen, weil ich halt Level 100 bin. Aber ich schnippel uns mal so ein bisschen durch, würd ich sagen. Aber das Wichtigste, wir haben unser Mew. Haha. Da ist es. Aber egal. Dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Und tschau. 이나 bis zur nächsten Mal. Ciao. Bei 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 bei. Bis zum nächsten Mal.